Ich bin im Flugzeug und es gibt eine Sache, die ich schon immer mal ausprobieren wollte. Nämlich dieses komische Toilettenpapier in das Ding hier rein, damit das so da unten einfach aus dem Flugzeug fliegt. Wollte schon immer mal ausprobieren. Und was machen wir jetzt? Also wir nehmen hier dieses Klopapier. Oh, wow. Okay, wir nehmen uns hier einfach super viel Klopapier. Dann müssen wir das hier da reinlegen. Oh mein Gott. Ja, ich glaube, das sieht so gut aus. Und jetzt, glaube ich, muss ich das hier so aufheben, damit das hier so rausgezwirbelt werden kann. Oh mein Gott, ich drücke jetzt drauf, okay? Drei, zwei. Oh mein Gott. Hallo? Oh! Ich hab so geschrien. Alter, sei mir draußen. Ich bin jetzt dein Zeug.